hier geht es wieder um die dinge die kein mensch braucht aber trotzdem spaß machen und ich habe meinen ersten kobe panzer gebaut erst gesehen hat klemmbausteine untergrund meiner je nachdem wann dieses video kommt bei einer der letzten folgen haben wir mal einen panzer gebaut der liegt schon seit februar 20 22 beim jahr im peil und dann kam der ukraine krieg und dann haben wir das thema panzer mal zurückgestellt und jetzt haben wir uns doch entschlossen damals oder beim beim klemmbausteine untergrund das zu bauen und haben uns da meine folge lang über kobe unterhalten und auch den katalog durchgeguckt verlinkt ich hier oben verlinkt auch direkt dort rein wo es mit dem kobe sachen los geht damit ihr euch nicht in drei stunden stream reinziehen wollt müsst wollt müsst und ja da ist der kobe panzer welcher ist es denn das ist von kobe dati 34 85 was die 85 auch immer heißt ich kenne mich wie ihr wisst bei panzern überhaupt nicht aus der ist von kobe aus der historical collection und ist 20 21 erschienen soweit ich es richtig gefunden habe das ist die 2542 von kobe 668 teile eine figur kostet bei bluebricks affiliate link ist unten freut mich wenn ihr ihn nutzt 42 euro und dessen sechs cent je teil bei kobe ist es aber auch so da lohnt sich sicherlich nach angeboten zu gucken aber freue mich natürlich wenn ihr meine affiliate link benutzt so ein kobe panzer schauen wir uns erstmal die schachtel an die ist doch eigentlich die modellgröße einigermaßen angepasst könnte ein bisschen kleiner sein aber passt schon wir sehen wir können den mit polnischen hoheitszeichen oder der russischen armee bauen und das wichtigste steht hier auf der seite glaube ich irgendwo oder eben auch nicht hier steht pad printed also alles was in diesem setzen sind drucke und hier hinten haben wir ein bisschen bisschen was da los ist und noch ein paar infos zum panzer selbst wenn ihr infos zum panzer selbst wollt dann schaut gerne beim solcher vorbei der hat bestimmt schon ein t 34 gebaut und ein ein referat zum thema gehalten dass ich nicht kann genau mir ging es da jetzt tatsächlich einfach mal einen kobe panzer zu bauen genauso wie ich irgendwann mein kobe schiff bauen will und auch eines der größeren auto denn ihr wisst ich habe bisher nur die kleinen enden gebaut also die 2cv den 7cv oder was es war und die feuerwehrstation von kobe habe ich mal gebaut genau und ja schade finde ich da steht historical collection und für eine collection will ich einfach eine schachtel die man nicht aufreißen muss es funktioniert soweit ganz gut dass man sie aufreißt ohne dass alles kaputt geht aber für collection finde ich immer sehr relevant dass der karton wieder verschließbar ist so wir haben eine figur dabei sieht so aus die muss man mögen die kobe figuren ich mag sie nicht aber ihr seht es gibt sie mit einer bummel und einem fernglas hier haben wir die polnischen hoheitsabzeichen und hier den medium tank ja dass das zeichen was da drin ist oder das typen schild das man da vorstellen kann zur historical collection so dann hat das ding auch eine größe schätzungsweise und und kanonenspitze bis ganz hinten sind wir da so bei 28,5 ohne kanone sind wir bei 22 cm in der höhe sind wir ungefähr bei 7,5 und in der breite also 11,5 genau so dann eine anleitung gibt es auch mit der kann man bin ich sehr gut bauen es wird immer alles ausgegraut was vorher war ich mag es ja lieber wenn man die farbe noch erkennt okay hier hat es jetzt nicht viel farbe von daher ist es immer grün von da macht dann schon wieder sind aber wenn man sich verbaut bei normalen selbst finde ich die 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 sättigung rausgenommen hat aber man die farbe noch erkennt finde ich die recht praktisch dann schade oder interessant fand ich dass es fast ein bisschen wie bei mega construct ihr wisst ich entdecke das ja erst und hier es gibt unterschiedliche winkel von solchen steinen da wird dann auch immer darauf hingewiesen welchen man da jetzt dass man aufpassen soll welchen man nimmt und ja dann klemmt sich das so zusammen einen bereich gab es da bin ich gar nicht klar gekommen sieht man auch im stream da hat mir dann solcher geholfen das ist wie man diese ersatzketten da fest macht das hat sich mir anhand des bauplans nicht wirklich erschlossen und ich muss auch zugeben dass ich das bis jetzt noch nicht wirklich sauber hinbekommen haben sie hängen da irgendwie aber nicht so wie sie sollten es bleiben ein paar wenig tüten teile übrig so ein komisches rat ich weiß auch nicht wieso nicht das gefühl dass eins fehlt und ansonsten ein bisschen kleingedöns ein bisschen zusätzliche ketten und ein einmal zwei teil keine ahnung wo ich den vergessen habt was mir aufgefallen ist es ist also man das teil ist in zwei bauabschnitte und da teilt in diesen bauabschnitten sind dann auch jede menge tüten und kubi mag anscheinend schon viele 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 kleine tüten die man dann da zusammen packt also die die tütenverwendung hatte mich an morg oder so manches blue brick special erinnert da könnte man vielleicht ein bisschen reduzieren aber ja ja so hier hinten haben wir noch sehe ich gerade table points ich weiß auch nicht ob das ein kartenspiel sein soll oder ob man da dann irgendein quartett spielen kann hier ist einfach noch mal so kann man ausschneiden und sich daneben hängen um zu sehen was das ding alles kann ja da ist würfeln und so ist es glaube ich tatsächlich eine art spiel gerne unten rein schreiben wer es weiß kobe game.com okay da kann man sozusagen noch was spielen mit hätte ich jetzt nicht gedacht so schauen wir uns das gute stück mal an es ist ein panzer wer hätte es erwartet er fährt mehr oder weniger gut finde ich macht auf jeden fall lärm da habe ich auch lernen müssen als ich dann alle zusammen gekämmt hat dass man die in unterschiedlichen richtungen aufziehen kann also links rum oder richtig rum hat es natürlich erst falsch rum und hat mich dann gewundert wieso das so rum schlackert um dann noch mal genau nachzusehen um festzustellen ja wir haben innen eine führung und es macht sinn dass man sie in eine richtung bauen kann und genau so da ist das gute stück wo hier sehe ich dass man vielleicht ein bisschen sauberer klemmen hätte können genauso hier auf der seite so genau das hier vorne das habe ich bis zum schluss nicht hinbekommen da sollte glaube ich noch einmal so eine weitere dahin sein aber die kriege ich nicht hin vorne ist eine so eine ihn kann man natürlich bewegen da vorne ist eine so eine klappe die man aufmachen kann dahinter verbirgt sich nicht in der lehre den hammer fand ich sehr schön da ist auch so alle flat silber auch hier hinten auch der aufdruck über zwei blades und dann kann man da natürlich diesen turm so bewegen ich schalte mal um meine farbe ist dazu habe ich gerade ganz schlimm ich kriegs einfach nicht sauber hin das iphone da irgendwie mit meiner sony in vergleichen farbraum zu kriegen das werdet ihr noch ein jahr von mir hören oder länger so genau das kann man sich dann so alles da so hinstellen bis es ein passt ist sehr beweglich alles zugezimmert es ist sehr angenehm hier gibt es kein 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 einhorn dass es hat alles seine farbe und alle seine richtigkeit hier oben kann man noch den aufmachen und kann dann die wurde reinstellen wieder dann so mehr oder weniger platzert und da reinpasst aber es geht schon ein bisschen dann da wo ich schützend hinter hinter dem panzer hinter die panzer tür zu stellen am panzer ja genau das also hier kann man aufmachen und hier hinten war hier kann man zum einen das hier aufmachen dann kann man da so reinschauen und sieht dass da unten irgendwas ist und man kann aber dieses ganze ding abnehmen in der hoffnung dass man nicht die kanzel mit abreißt habe ich schon irgendwas mit abgerissen sehr gut so und dann sehen wir dass da ein motor drin ist der ist auch bedruckt mit den zylindern und sieht nett aus und der decke so aus was es oft gibt sind diese invertit wir haben nach oben noppen und sind unten flach gibt es auch so dass sie dann da hinten bedruckt sind spannend wenn ich sonst glaube ich von niemand und dann kann man das da wieder reinsetzen genau ansonsten kann man wie gesagt das bewegen das bewegen und den deckel dann da wieder drauf drücken dann kann man das bewegen und ansonsten kann man echt viel dran sich in einem winkel einstellen wie man es denn haben will und hat viele kleine kleine teilchen die zusammen diesen panzer ergeben jetzt wo ich hier gerade mal so bin dann kann ich vielleicht noch mal die figur in der anderen kamera zeigen die haben ja sie ja sie hat soweit einen ganz netten druck auf der brust aber jetzt auch nichts besonderes von hinten ist sie gar nicht bedruckt kann man eigentlich den helm abnehmen den helm kann man auch abnehmen dann sehen wir eine komische form und da so böse guckt der russische mann oder der polnische je nachdem welches hoheitszeichen man dem guten gibt genau so der druck hier ist auch sehr schön tatsächlich die auch den hier hinten finde ich irgendwie ein bisschen er ist okay aber trotzdem wirkt er durch diese teilung nicht ganz so stimmig aber er gehört also das hat schon wenn man genau hin seine richtigkeit und hier vorne da sieht man jetzt das ist so eine so ein teil wie ich vorhin euch gezeigt habe auf der innen unterseite noppen oben flach das ist dann matter und dann führt es auch dazu dass es nicht so scheine ist wie der rest und wenn man das hoch klappt kann man da so reingucken und sieht nichts genau das ist der kubi t34 und und wie gesagt mein erstes obis etwas mehr als 200 teile sage ich jetzt mal und aus dem militär bereich ist wie ging es mir damit ich hab zum einen könnte es ja natürlich den anfang in im klemmbausteine untergrund gucken es ist von den teilen her mit den ganzen winkeln und so weiter für mich ein bisschen ähnlich wie mega gewesen das hätten knüpfen weil das gehört halt dazu und man hat da je die kette 52 stück zu verarbeiten und da so zusammen zu klemmen ja ich glaube wenn man ein kettenfahrzeug baut dann muss man damit umgehen dass man die ketten auch bauen muss die druck ist ein schön das macht natürlich spaß die teilequalität ist hervorragend aber die die hochgelobt also diese über klemmkraft wo es immer heißt kobe kriegt man nie wieder auseinander sehe ich nicht klar die details haben kein groove die bekommen also keine lücke wo man unten rein kennen kann das ist ein problem beim zerlegen aber ich habe jetzt hier nicht das gefühl gehabt dass hier teile drin sind die ich nicht wieder auseinander bekomme ohne probleme da finde ich jetzt ein wangi oder manche manche cheese da sachen härter die figur mai ist halt aufgrund des 3d schutzes so dass sie so aussieht und ich bin halt einfach in dem fall lego minifiguren sind für mich von lego und ich tue mich sehr schwer wenn sie anders aussehen wie ihr wisst dass es zwei verschiedene hoheitszeichen gibt finde ich toll macht sinn wenn es den für polen und für russland gab dass man die austauschen kann den den das rot auf grün finde ich hier in der kamera strahlt es jetzt ganz gut aber wenn man da so drauf schaut dann suppt es fast ein bisschen ab da hätte man weiß nicht weiß noch drunter drucken müssen damit es ein bisschen mehr durchkommt aber ich schätze mal dass das im original auch so ist dass man dass das rot da jetzt nicht richtig strahlt und nicht beleuchtet ist damit jeder sieht da kommt der panzer dann komisch fand ich dass es eigentlich in der bauernleitung einem immer sehr genau erklärt wird was dann aber manchmal fehlt ist die wirkliche länge von der teil also von der fliese zu erkennen das fand ich teilweise ein bisschen schwierig welche da genutzt wird das könnten sie irgendwie ein bisschen besser daneben schreiben weil was schon auch verwirrt ist im lego raster kennt man seine seine geraden zahlen und dann kam die 5er plate jetzt mit 1 zu 5 die einem da ein bisschen rausbricht aber hier hat man halt 1 zu 7 1 zu 9 1 zu 6 und das macht es jetzt wenn man das nicht gewohnt ist und seine seine größen da auf einen blick erkennt muss man hier schon ein paar mal mehr hingucken das ist mir aufgefallen also wenn man jetzt so aus der lego welt guckt sollte man ein bisschen genauer zählen sind das jetzt 7 oder sind das 5 oder welches teil oder welche fliese oder welches teil suche ich denn genau da musste ich mich tatsächlich ein bisschen rein fuchsen genauso eben mit diesen ganzen verschiedenen winkeln das ist wer mein megakonstrukt oder sowas wie es castle grayskull gebaut hat der kennt das und das ist hier finde ich genau so was mir nicht so oder wo ich ein bisschen mehr erwartet hatte war tatsächlich so dass man klar hier hat man jetzt diesen motor raum aber dass man ein bisschen mehr innenleben hätte ich mir gewünscht dass man vielleicht die figur auch da unten rein setzen kann und den fahrer da drin hat und das cockpit sieht das habe ich habe ich ein bisschen vermisst und die ketten da vorne anbringen da war ich einfach zu doof für vielleicht kommt soll schon mal bei mir vorbei dann dass ich ihm das machen weil ich habe mein glück versucht und sie springt mir jedes mal wieder auseinander und ja so Kobi Militär es ist nicht so als hätte ich als Kind nicht auch mit diesen kleinen Militärfiguren und so weiter die man so auf der Kirchweih oder Duld gekauft hat gespielt und hatte da Unmengen und Schlachten geführt heutzutage sind solche Dinge für mich faszinierend aber genauso erschreckend und brauche jetzt keine Sammlung an Panzern oder Militärequipment aber es war tatsächlich meine Erfahrung das zu bauen und um das ging es auch und würde ich mir jetzt wieder so ein Panzer holen ich glaube nein ich glaube so ein Flugzeug oder so ein Schiff wäre ich mir von Kobi mal noch besorgen aber ein so ein Panzer reicht mir jetzt auch und es war aber schön ihn auch mal zu bauen also wer sage ich mal aus der Lego Welt kommt und sich überlegt mir so ein so ein Set zu bauen da macht man jetzt nichts falsch es ist ein bisschen näher am Modellbau sage ich mal als man das von Lego gewohnt ist man muss auf die Winkel und auf eben wie lang ist was ein bisschen genauer gucken aber man hat da trotzdem Spaß das zu bauen und man muss halt wissen diese Ketten muss man zusammenknöpfen das bleibt einfach nicht aus wenn man einen Panzer baut genau das war jetzt viel Heilwissen viel Unwissen über Militär und diesen Panzer und alles und auch über Kobi aber wie gesagt ihr wisst ja ursprünglich kam ein Kanal aus dem Thema ich komme aus der Lego Welt und entdecke die Alternativen und mit dem Blickwinkel habe ich da jetzt auch versucht euch zu zeigen wie meine Erfahrung mit diesem Set war und dann gibt es Kanäle wie den Soldiers Brick Camp ihr kennt ihn da habt ihr dann auch Leute die da ein bisschen mehr drüber wissen und auch wie das Ding was es real besonders macht außer dass der nach Berlin ein gerockert ist und uns von den Nazis befreit hatte das war der Donnergurgler für heute ich freue mich über eure Kommentare seid gnädig zu mir lasst es euch gut gehen klemmt euch nicht die Finger ein bis zum nächsten Mal Ciao